Okay, mal gucken, ob mein Tullus das lagen kann. Bist du bereit? Ja. Okay, Leute. 2, 1... OP-Tullus-Attacke! Ja! Losek! Ja? Ich würde sagen, du hast gewonnen von mir aus die Lunde, aber mein OP-Tullus ist das beste Auto von allen. Ja, kannst dich damit ein bisschen glücklich schätzen. Ja. Soll ich dir was dazu sagen noch oder lieber nicht? Lieber Nick, ich fahr jetzt nach Hause. Ja, bitteschön. Ciao. Ja, Fliss, also mein OP-Tullus einfach kaputt geht.